Hallo Svenja, ich bereite mich gerade auf eine Komfortberatung vor. Ja, mein Laptop, ein paar Schreibutensilien, damit ich ein bisschen was skizzieren, aufzeichnen kann, auch schon mal einen Zollstock zum Ausmessen. Aber im Moment natürlich am wichtigsten ist uns eure Gesundheit. Das heißt, wir haben immer ein Hygieneset dabei, das besteht aus einem Mundschutz, aus Handschuhen, aus Desinfektionsmittel, was wir vor Ort oder was jeder Komfortberater dann natürlich mitbringt. Ja, ihr könnt gerne eine Komfortberatung bei uns buchen, auch wieder unter info at möbel-buyoff.de oder auch gerne telefonisch unter 020 41 18 91 0. Wir sind von 10 bis 17 Uhr erreichbar und es meldet sich dann auch ganz schnell ein Komfortberater, der mit euch einen Termin vereinbart. Was so abläuft, der kommt zu euch nach Hause, misst die Räumlichkeiten aus, schaut sich schon mal an, wie man was wo am besten stellen kann, was für Farben gut bei euch reinpassen und macht euer Zuhause noch schöner. Ja, also hoffe ich, dass wir ganz viele Anfragen bekommen. Wir freuen uns schon drauf und verbleibe einfach mal mit den wichtigsten Worten, bleibt alle gesund. Vielen Dank. und